Herr Pfarrer, ich kann Ihnen eine große Freude bereiten. Ich habe den leibhaftigen Teufel gesehen. Den Teufel. Aber nun zu einem der höchst interessanten unterirdischen Tiere, die auch bei uns beheimatet sind, der Maulwurf. Den Maulwurf kennt doch wirklich jeder. So, so, aha. Und dann frage ich Sie, haben Sie schon einmal einen solchen mit eigenen Augen gesehen? Herr Brehm, Sie sollten Ihre Peelen nehmen. Äh, du, äh, wie ist denn das jetzt eigentlich mit den Affen und den Menschen? Sind wir mehr wie ihr oder seid ihr mehr wie wir? Es gibt Bildschöne und es gibt sehr hässliche Affen. Tja, das sagst du, warst du. Ja, um das Tier verarscht zu machen. Ja, genau. Sie ist dümmer, boswilliger und roher als ihre Geschräfteverwandte, obwohl sie sich vermittelster Peitsche nun bis zu einem gewissen Grade durchaus zähmen lässt. Wir sind das, was wir, wie wir, wie wir, wie wir, wie wir, wo wir hier sind. Untertitelung des ZDF, 2020